Der Kammer ist angeflogen. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario Party. Jo, Akai ist heute nicht da und komm übernehmen mit seinem Part. Und wie man vielleicht schon sieht, er dreht sich heute eine neue Schulter ausgesucht, wo er sitzen will. Er unterstützt bei heute den Sunny. Und damit habe ich schon verloren. Ach Trim, sei doch nicht direkt so gemeint. Ich finde das alle schöne Wölfe-Runde. Fünf, sechs, sieben. Yay, Tanzparty, lass Spaß haben. Ich will nicht als letzter. Muss damit. Wo ist der erste Stern? Da ist er. Bei den roten Bonbons. Da finde ich gerade vom Prinzip in einen Weltkrieg reingeraten. Ich will nicht wissen, was der Bonbon macht. Oh Gott. Der Bonbon tut was Gutes. Du bist die Muni. Ja. Guck mal, er kann jetzt noch mal in der Mitte. Hallo. Sind du das bei wählen oder war das nicht auf random? Das war auf random, so zufällig. Ach schade. Ach ja, ich hab den Job heute, dass ich Sunny zumindest versuche, nicht auf den Letzten zu lassen. Jetzt habe ich ihm vor hinein versprochen. Warum kriegt der kommenden guten Würfel? Warte zum Verein noch. Er hat den Grünen bekommen, wo er nur die Höhungen kriegen kann. Ach, die Grünen, aber nur die Höhungen. Aber dafür muss er den weitesten Weg laufen. Er muss sich einfach komplett rum, ja. Aber vielleicht... Komm mal, Kaya ist doch dabei! Das ist ja weit gewesen. So muss er anfangen. Like always. Oh, yeah. Ach, mein Lieblingsspiel da, wo ich immer aus den Seiten fliege. Fuck ja! Ja gut, das kennen wir ja eigentlich schon. Ja. So schafft man es, diesen Rekord von 23,73 zu brechen? Ich jedenfalls nicht. Ich auch nicht. Ich würde gerne mal überhaupt eine Taktik finden, wie man nicht aus den Kurven fliegt. Ja, das wäre ganz angenehm. Ja, Kaya hat dieses Spiel gemeistert. Den kriegt doch eh keiner eingeholt, den Grünen da. Mein Spiel. Wenn es so Rennspiele sind, dann kriegen wir den da einfach nicht eingeholt. Ja, habe ich von Mario Kart gesehen. Es gab schon ein paar Mario Kart Trinks, deswegen sage ich das eben kurz. Da sitzt die gut. Los, die K. Ich habe auch das lautet, lautet, lautet. Ich habe schon wieder die Kanone der Laden. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. In welche Kanone musst du denn damit bei Bowser landest? Das kann nur der irgendein Flugspiel hat er gesagt. Komm schon! Oh, 20 Münzen, ach wie schade. Wurde es schon wieder getotet. Komm! Danke! Wenigstens kam diesmal eine Null dahinter. Ja! Ich muss nicht so weit laufen. Ob das so gut ist? Ich komme eventuell gleich zum Stern. Wenn du nicht die Münzen dafür kriegst. Crazy Cutter, doch das ist mein Game. Aber das ist nicht Kais Game. Ich weiß nicht, was er immer falsch gemacht hat, sodass er es bei ihm abgebrochen hat. Oh, sehr schöne Foren bei mir! Sehr schön! Meisterkünstler. Okay, am Ende habe ich es verkackt. Oh! Hallo? Meine war doch schöner geschnitten! Betrug! Warum habt ihr jetzt beide gewonnen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht mehr auf die Punkte geachtet. Du hattest 91, ich hatte 86. Hä? Gehe ich komfort mit. Nee, ich nicht. Vielleicht muss es immer 85 sein? Oh, yeah. Komm, die will man holen. Der hilft mir nicht. Der hilft mir! Ich komme an den Stern! Wo ist dieser Paracoupa? Wahrscheinlich bei der letzten Standform, ne? Da ist er! Oh, komm, bitte! Du kannst ja gar nicht anders als bei dem vorbei! Hallo, I'm the Flyguy! Ich kann euch wohl die Tufa was sehen! Nimm den Kai! Nimm ihn! Nimm ihn! Ich wollte dir helfen! Wo seid ihr denn? Beide knapp vom Stern! Beide knapp vom Stern! wir haben ziehen wieder ins land nicht obwohl doch könnte ich könnte mich ich kann zumindest so weit ich kriege ein buch mit einem du hast du wunderbar viele münzen ja was für ein trottel eine münze weniger gekostet ich will mein geld mit dem buch zurück ich weiß dass der kostenlos war da kommt er noch der könnte noch im mini spiel gewinnen facelift ich finde das gesicht in der mitte lustig das ist ein sehr schönes gesicht die augenbrauen müssen auch lang gezogen werden ich glaube die muss noch ein bisschen höher und das ja und das gesicht muss ein bisschen ich glaube ich habe es hinbekommen sieht ultra geil aus ja ich glaube mir noch zu viele augen gesehen jetzt nicht einfach den tauschblock warum was habe ich dir getan ich habe die eigene genommen aber das ist doch eigentlich schwachsinn mit dem power cooper weil wenn man sich aussuchen kann ob man dahin will oder nicht selbst dann du kannst doch einfach sagen nee ich habe lieber einen anderen hier und vor dem den tag der ist doch komplett sinnfrei nie und nimmer wird irgendwer von uns von uns ausgesehen auf dem bose feld landen er nimmt die größte runde und ein solo game naja grüß kennen wir das schon ja ich glaube schon ja doch ja nebenbei ab hier werde ich wenn der bot irgendwelche solo games macht dann schneide ich den raus wir wollen ja nicht dem bot zuschauen ein du kommst hier her genau bei hier auf dass du eine 2 bekommst die grüne das habe ich immer noch nicht begriffen ich habe irgendwie die kiste gegriffen bekommen greifen sich überhaupt die hier vorne der botte weiß es aber wir nicht ich habe eine kiste gegriffen ich verstehe wie man kurz wirft ich verstehe es auch nicht das muss uns mal eine erklären aber jetzt hat sich wünschen ein stern ich weiß dass ich wieder zurückkommen der ist komplett sinnfrei nie und nimmer wird einer von uns bei bowser landen ja das wäre wahrscheinlich der einzige grund warum du dahin wolltest warum sonst solltest du zu bowser wollen ich kann mir keinen grund vorstellen treten hör auf ihn solche sachen einzuflüstern im zanni auf die sollte ich böse sein bin ich noch niemals ich bin nicht gern ruhig irgendwo hin wo ich ihn aufsammeln kann jetzt kannst du dann schafft es der bot dich irgendwie zu überholen ich kann nichts für die boden stern am ende aber warum hassen die roten und die schwarzen bomben um sich warum führen die krieg was weiß ich das würde mich brennend interessieren betrug ach so ist das ein er kriegt den cooper krieg nochmal 20 münzen ja trotzdem betrug wenn er das mini spiel jetzt gewinnt kann er ein von uns den stern klauen ich gehe davon aus dass er wenn mir den stern klaut weil ich mehr münzen habe kann ich auch einen block kriegen alle auf kai obwohl warte wir dürfen nicht gewinnen zanni wieso weil der bot dann auch münzen kriegt der kann einen von uns beiden den stern klauen verdammt stimmt wir dürfen nicht gewinnen wir müssen kai gewinnen lassen dreh bloß nicht nicht drehen das problem es gibt doch ein problem ich dachte gerade kai lässt den letzten netz gewinnen die man auch nicht dreht oder so ok danke dass du zulässt dass er nicht den stern kriegt dass wir ja den bot nicht gönnen weißt du lieber verlieren 5 münzen als dass der bot uns einen stern klaut ich hab nicht mal Münzen nicht verlieren können vor allem dinge wird kai die Münzen wahrscheinlich klauen ich habe nicht mal Münzen nicht verlieren können vor allem der wird kai die Münzen wahrscheinlich klauen besser keine münzen ist dass der stern weg ist ich weiß ja nicht selber von uns jetzt bestehen würde das ist meine verbindung in stadt wie ich bin mit lan verbunden da steht bei mir auch als text nach ich hier eingeblendet es ist als ob er dabei wäre das protokoll warum er nicht da ist er hat migräne und macht deswegen heute nicht mit wag ist sich ja nicht wer muss was tun ich muss was kriegt es wäre gewesen was zeigt die baum in die nummer 2 nicht so wie ich denn überhaupt bleibt ich will hinter dem stern landen verdammt ja falsch geteilt das ist mein game wo wir so ein plastik bose aufblasen musste der er muss platzen werden ihn zuerst platzen richtig gewinnt ok ok Nein, 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 nein nein doch nicht der grüne ich muss mir doch hin wieder verdienen bisher hat jeder von uns kein eimer bestohlen also du hast es nicht mit absicht gemacht sani aber trotz was die münzen es war der jetzt ausgelöst hat und prinzipien ist es eigentlich auch vario so das bekommen können die noch ein stern heute nicht der mario party dach der hat ja auch ich hab zu viel pizze gegessen bitte mario wenn ihr gleich beim parker bin spielte holen wenn ich es richtig alle auf den kommen okay tschau münzen gegen den bot der die perfekten inputs machten wiggeln wiggel 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 wen will er scheinlichkeit wegen münzen nämlich verdammt ich habe eine mehr ich hasse dich lass mich los lass mich los ich will das nicht das kannst du nicht gewinnen nein das ganze generell nicht gewinnen selbst wenn du perfekt inputs machst wenn er nicht einmal hat und er auch die inputs richtig machst du hast keine chance ich habe das auch schon mal oft gegen getestet was keine chance da ging selbst wenn du sogar bessere inputs machst das ist wirklich ein game was geliegt ist bitte holen und ich krieg so was nein man kann ihn doch nicht gönnen den grünen wenn dem nicht wir dürfen sie nicht gönnen sani oder ist mein neues spiel wir können alles einsammeln was er nicht kriegt da könnt ihr offenbar auch irgendwas böses sein also und betrifft das nicht warum lässt du die münze da in ruhe meine und wir alle die münzen oder ich hoffe wie die gameplay ja ich kriege sieben münzen nicht viel da muss ein bisschen was aber klar das radio hart einsammelt ja geht doch nicht kannst du nicht machen das ist wirklich ich habe gesagt ich werde dich auf den letzten platz und da bist du nicht mehr lange das ist nicht so ist es aber okay zumindest keine 1 komm zu mir tani wach sich ja nicht komm mach zuerst die mitte tani ok wer kriegt den sternen von uns nein wir waren erst stehen der tag verdient jetzt hätte ich an jeder der dieheit verdient noch weiter der stelle was hast du gemacht drin hat gesagt hast du gut gemacht da geht dann der hielt mit dem der war blöde er hat er er hat er er hat er er hat er lieber er ist und das ist ja sie tauscht und alle in Ordnung das ist eigentlich weg entweder kriegt das browser felsen der bauseite mit habe ich bin gerne hier das war das dankeschön für den stern oder wie ja legitim in beiden wenn er dich bause abbekommen möchte wenigstens von ein nicht nur von mir jetzt reden alle noch mal mich rein jetzt kommt das spiel ich sag doch jetzt beten alle mich rein oder das ist ja wirklich jetzt mein hammer den brauche ich danke danke für mein hammer weg mit aber ich konnte euch weg schlacht ich habe drei von diesen säcken eingesammelt ja aus dem einen hast du mich herausgekriegt den wollte ich eigentlich noch haben kommen nach den cooper nein gefällt mir irgendwie ja das ist sehr interessant und man kann so ein bisschen sein feld bestimmt ein bisschen ich kriege das mit dem timing aber trotzdem nicht hinten ich hätte jetzt ich hätte jetzt gelacht hätte zu einer 2 bekommen die könnten sind ein reindrücken ja noch ein stern für dich wahrscheinlich safe nicht der letzte damit habe ich meinen job erfüllt ich gehe da nicht hin aber da ist solo mini späder ohne ende nehme ich mit guck mal da sind alle fäder bei ihnen sind solo spieler ich dachte kurz und nimmst das andere feld was passiert jetzt die haben andere felder jetzt genommen er kriegt das weg kann ich jetzt nur noch links und rechts das zieht nach da unten ach jetzt ist dazu gesehen gegen uhrzeigersinn oder von da nach da von dort nach hier und von dort nach da und von dort wieder nach da oben das ist mehr ein drache wie eine schildkröte oder ich muss zwar nur bewegen aber trotzdem ich laufe in ägypter niemals kriegt ihr mich hier runter ich war auf der seilakt schule ihr kriegt mich nicht runter ihr wisst ihr bei dem spiel will man echt nicht in eurer position sein ist direkt nicht den runter zu bekommen oder mit dir nein ich bleibe hier oben vergiss es ich bin jetzt so bescheuert ihr müsst mich halt mehrmals hintereinander hitten das ist halt schwer weil die ganze Zeit unsere Buchbarkeit hast dann ne ihr müsstet mich ja instant sofort nochmal treffen damit ich runterfalle oder während dieser wind da ist das ist aber vollkommen bescheuert wenn die steuerung so bescheuert davon ist dass du nicht gezielt feiern kannst du schießt mit glück und hofft dass du triffst nein ich hab jetzt auf den pulsen pflichten hofft ich würde dafür überhaupt einen stern jetzt bekommen ich glaube keine hat den glaube ich zweimal jetzt auch immer mit dir wo willst du hin ich glaube du kämpfst eh nicht recht zu verlieren oder und da guck mal Mario ist auch in der mitte bosa sitzt auf Mario nein ich wollte rechts irgendwo landen warum er hat so viele münzen und Mario auch das war welches game ach das wo ich keine unter bekomme dann müssen wir noch vielleicht müssen wir noch wir müssen nicht dann los machen ihr macht das schon ich darf sein gewinnen ich sobald ist beim 1 gegen 1 angekommen ist das gewinnt keiner mehr kann man doch verbunden sich bei fk gehen das dachte das spiel wo man den nicht runter bekommen jetzt jetzt ich versuch es ist doch einfach so leicht ich nütze ich uber reinfacher das zumindest keiner was kommt tanzen mit ich sprich da einfach runter ich brauche das geht dieses spiel ist doch ich bin im 1 gegen 1 ja so dämlich aber es macht mächtige laune das doch ja längste strecke irgendwie die anderen blöcke aktivieren sich echt selten ich wollte ja welchen ich hatte es erwähnt wofür ich habe doch nichts böses getan du wolltest es so du hast es herausgefordert du hast gesagt die anderen blöcke also aktivieren sich echt wenig das war ein fehler das zu sagen ja das wo man so krabbelt ist das kabel game das ist ja nicht schön der von august buch da oben hat die schilder nicht begriffen die falsche richtung ich finde es lustig also das ist eine runde wie sie immer war immer doch wir wissen dass ich habe trotzdem eine art von scheiger es ist ein geil also vermutlich kommen nach dem touch nein die sind ja so schüchtert ja jetzt nicht wenigstens den stärken glaube ich nicht der jede dich wahrscheinlich weg wow you get to write and that cool oder bose kennen special training hallo er wollte es nicht zu ende hören du kriegst du wirst feuer und der marsch bekommen er hat sogar keine also random also noch da wenn du es jetzt schaffst noch mal perfekt so zu zeigen dann beschuldige ich nicht echtes hackings ich habe eine zweite chance und noch mal dran das ist doch nicht mehr in ordnung hier jetzt genau vom stellen und jetzt reich ja wirken mit deinen münzen ich will doch jetzt wird nicht mit dem nie in den arsch zu boxen das ist ja und das ist echt da ich doch hä und hä ja und ja das war eine ganz runde für ihn er hat einfach alles alle oder muss sogar aussetzen zweimal verprügelt sogar auch wenn man es genau was ist wenn man die 20 münzen nicht hat prügelt einen trotzdem weg wir werden die wasser diesen stärker ich wollte gerade sagen kommen lande vom buch und nehmen seine letzten münzen er bereichert sich selber nehme ich nehme ich sage ich danke jeder ein bisschen spenden spende für die armen heute wird ein kai reingetreten obwohl ruhig in sterne das steht da echt kacke das könne ich dem kommen dann muss ich wenigstens keine 20 münzen extra abrücken neben dem nehmen wir ihm wieder haben ok er kriegt den auch nicht und weg mit dem münzen landes dort ne du hast einfach nur 20 münzen zusätzlich gewastet und tschüss das ist ein witz ne das wäre schön gewesen sobald er dem stempel kann wirklich in jeden reingetreten die große runde komme ich mit klar ich kriegte münzen das ist alles was zählt fashion cash schon wieder das ich hole mit einem hammer hat er hat so viele münzen die können ich mir jetzt der sieht so saftig aus danke Das ist auch so ein Ranzgame eigentlich für den Zinke-Player. Das ist so ranzig. Nehme ich mit. Einmal hat er seinen Münzenbeutel wieder zurückgekriegt. Ja, das war doof, aber das ist halt so. Weil es hier auch quer durch den Raum bauen kann. Sunny, kannst du mal damit aufhören? Gib mir Münzen oder gehst du an den Stern. Komm, mach das nicht. Komm, willst du irgendwas abgeben? Ja, gibst du nicht immer. Gibst du ihm deine Münzen? Jetzt hab ich gar keine Münzen. Ne, ich hab nicht mehr 10 Münzen. Du darfst nichts Schönes im Leben haben. Er hatte den Minus für... Er hatte deine Münzen... Die Münzen, die du gerade abgegeben hast, musst du ja gerade instant abgeben. Ja. Warum ist er nicht hingegangen? Das hätte er doch so oder so damit geändert, dass er keine Münzen mehr hätte. Ich bin in der Sackdex. Ach, come on. Wo ist der Kernans? Roger, roger. Jetzt muss ich nur einmal mehr laufen. Ja, obwohl für dich ändert sich nichts. Du musst sowieso über alle hinsehen. Ich hätte... Ich wäre instant gewesen. Stimmt. Das ist doch Witz. Jetzt mach das dir selber. Weiß ich, ich darf jetzt den gleichen Weg wieder zurück. Ich hasse es. Ich wollte sagen, habe ich nicht mit dem. Ich hätte den absichtlich sabotierten Gomb. Ach, ist das nicht das, wo wir den Schlüssel durchbringen müssen und wir jedes Mal reinpfeifen? Wir... Nicht diesen Cooper-Ding an den Schlüssel geben. Oh Gott, deswegen. Der Komm hat ihn... B. B und in irgendeine Richtung. Ich wusste, dass es schlimm Ende sobald irgendjemand da kommen hat. Warum hat er ihn nicht zu dir nach links geworfen, Kai? Weißt du, bei mir stehen drei Leute, aber er fürcht ihn zu mir. Und ich auch zwischen zwei entstand. Warum verlierst du keine... Ach ja, hast ja keine. Ich hab keine Münze. Ich verlieren keinen Fall. Ajeta, ich würde dir sagen, komm, ich gewinne das einfach und verliere einfach Münzen. Oder die anderen verliere Münzen. Ich verliere nichts. Nein! Das Spiel mobbt dich gerade, oder? Dreh, die Kanone. Obwohl, ich muss wieder einmal weniger laufen. Dreh, die Kanone. Rundherum. Kann das mal aufhören. Nee, wir gehen jetzt von uns ein bisschen mal. Wir haben zwei Steine. Wir können das entspannt machen. Rundherum. 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 Oh, guck, da in der Mitte ist ein Vario-Kopf. Auf dem Pelsen. Ja, hab ich gesehen. Hab ich gesehen. Ah, oh ja. Jetzt glaube ich, Varios-Mine ist oder so. Das fehlt irgendwie sowas. Nee, das verbaut ums Battlefield. Irgendwie in der Art hieß sie. Ich könnte Kai komplett in den Boden rammen. Ja, das ist doch spaßig. Und du wolltest mich eh nicht auf den Letzten schicken. Also ist das okay. Du kannst nicht auf den Mittenland. Das sollten wir nicht mehr winzen, mein ich. Das ist die Rache für das vorwiegend letztes Mal. Du hast die anderen hat so angestiftet. Das ist meine Rache. Genau, ich war unschuldig. Er hat 0, 0. Gut, das nächste Mal, wenn... Jumio aufnehmen, nehmen sie einen One-Shot-Beckel und nehmen sie auseinander. Einmal aus Träglichkeit. Sei was Rache, let's go. Oh, die Kahl ist weg. Das gewinnt doch eh der Kai schon wieder. Oh, Scheiße. Ja, okay. Du schaffst es nicht, aus den Kurven zu fliegen. Oder drückst du wirklich einfach nur durch? Nee. Nein. Ich verstehe es auch nicht. Warte, ist das sogar ein neuer Rekord? Nein. An die 226. Nein, er hat was. Nein, das ist mir weg, ey. Hey, ich habe meinen Job erfüllt. Du bist nicht letzter, äh, Sunny. Ja. Kuchen hat gesagt, dass ich die Wille... Das glaube ich ihm aber nicht. Vielleicht hast du ja gerade alle drei Bonus-Sterne. Aber der Standgewinne ist scheinlich. Doch, ey, mehr Münzen als ich. Ach, stimmt. Ja, ich sehe es gerade. Aber wir haben ja noch fünf Runden. Ich wollte eigentlich hinter dem Buchen und ich wollte zumindest einfach mit ihm abstauben. Nein. Längste Strecke. Nee, grüß nicht mal. Ich bin der Gameshop-Master, wo ich... Zehn Münzen geht von... Ich hätte... Mir, Arne, Mir, Mir, Vario. Du gibst ihn seine zehn Münzen zurück. Genau. Ihr, nimm wieder. Du brauchst du dringendaltig. Wird kein Stern. Da ist der Affe zusammengebrochen. Ja, der braucht sie dringendaltig. Er kommt ja nicht mal vom Feld. Ich hätte gerne einen mehr gehabt. Oh, ich hätte jetzt schon gestern gespielt. Ich finde das lustig. Ich auch. Ich verkackte er immer. B, durchgehen drücken und mit A springen. Man muss spamen wie ein Weltmeister. Ich finde die Skateboards cool. Die sind auch nice. Ich weiß nicht, wie sie da auf der Kippe stehen bleiben können, aber hey. Ich habe den ersten Sprung verkackt. Ah, nein! Wir haben alle den Sprung verkackt. Ich zeige euch, wie das geht. Ich zeige es euch. Ja, 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 voll runter. Oh Gott, das ist so knapp. Ich mache es spannend, Leute. Ich mache es spannend. Herr See, bist du aber schneller wie der Zusammenfall in der Brücke, wenn du es nicht zu sehr hast. Ich habe gerade auch gespänt, als ob mein Leben davon abhängt. Das ist ein Fahrfelder vor dir, aber ich glaube, mit normalen Böbel wäre es eventuell weitergekommen. Ja, komm hier rüber, Sunny. Ich sage ja, den Stern in der Mitte wird keiner von uns holen. Im Leben nicht. Weil er sich wieder 60 Münzen dafür aufgeben muss. Diese Runde wird auf ewig im Gedichtes der Zuschauer sein. Das heißt, wir werden das ja wahrscheinlich mit dem Bonus-Stern entscheiden. Höchstwahrscheinlich. Aber wenn ich einen davon auch nur abkriege, habe ich so oder so gewonnen. Nee, das ist ein und abkriegen und zweifel. Nee, doch, das sind wir Münzen. Nee, hast du nicht? Willst du rübergehen? Oh, Herr Gambles! Ich opfer mich, sind eh nur 20 Münzen. Wenn er gerne funktioniert, ist es ein sehr gut, wenn du nicht hast ein Problem. Fuck! Danke, nur ein bisschen Gerechtigkeit. Was soll das denn heißen? Ich wollte mich, ob man damit zerstört, woanders ist. Wie war das mit, du hast mehr Mütze? Und die große Runde. Ouch. Ich will da hin. Er klappt, gleich noch mal meine Münzen. Oder Barrios. Nee, ich nehme sie diesmal weg. Warte, können wir einmal kurz durchlesen? Ich hoffe, da irgendwo steht, wie man kurz wirft. Wo ist Leitli? Haben wir doch. Wo ist Leitli? Was ist Leitli? Was ist Leitli? Was ist Leitli? Ich habe das immer berührt und habe ganz nach hinten durchgeworfen. Ich habe was. Same. Ich nicht. Verdammt, ich versuche eine Kiste zu greifen. Ja. Ja. Die Kisten bringen echt viel. Ja. Ich habe sie. Nein. Okay, ich habe langsam das Timing für die da hinten. Ach, zu spät. Nein. Wie war das? Ich sagte langsam. No. Das war meine. Ach, come on. Ich hoffe, ich kriege noch eine hier vorne gegriffen. Ohne Münze, nimm mich mit. Toi, ich hatte sie. Ich habe sie schon gekrabbelt. Ich habe keine Ahnung, wie ich da kurz werfen soll. Ich berühre das Ding nur und es fliegt nach hinten. Du musst es wirklich antippen, als ob du eine Gurke wärst, als ob du ein Lauch bist. Ich habe das nur so ganz leicht angetippt, dass der Controller sich nicht mal wirklich bewegt. Also der Pnüppel. Genau, dass der sich nicht mal einen Millimeter bewegt. So leicht habe ich ihn angetippt, damit der kurz wirft. Ja, das ist wirklich zum Kurzen. Und ich weiß nicht mal, wie man mittig werfen soll. Oh, 20 Münzen, nimm ich mit. Ja, ich bin in den letzten fünf Runden. Also, mittel, rausgefunden, äh, leicht herausgefunden, aber mittel, keine Ahnung. Also, da käme ich in 100 Jahren nicht drauf. Komm, Mario, opfer dich. Du hast eh keine andere Bestimmung. Hm. Der hat schon genug gelitten. Auch wenn das jetzt kein Tod mehr ist. Es hätte ruhig mehr sein können. Es ist okay. Jetzt machst du den Gameshow Master. Also, Leute, ich, äh, heiße euch herzlich willkommen zu, wer wird, äh, der, äh, Star-Millionär? Der neunsten, äh, äh, Co-Star, äh, äh, Yoshi. Heute darf Donkey Kong, und ich, um irgendwas streiten. Und was würde es sein? Was meint ihr? Irgendwas dahinten, würde ich sagen. Danke für die Münzen. Ja. Das ist das Schutzgeld. Schutzgeld, danke. Schutzgeld dafür, dass ich dir helfe, nicht auf dem letzten zu landen. Auf. Auf. Husten, verliehen? Oh, nein. Tschüss, Geld! Ich weiß, dass ich grad das Meister habe. Du hast das Meister durch. Du hast das Meister durch? Oder hat irgend... Ja, ja, ist jetzt egal, wenn der jetzt das meiste von uns hatte, der verliert jetzt Geld. Wer hat denn das meiste? Ich gehe immer noch davon aus... Nee, Donkey Kong! Du nixst hinter Donkey Kong. Nee, ich habe mehr. ich habe drei minzen mehr ich sage du kannst beim wie im weltmeister es bringt dir nix du kannst dieses spiel nicht gewinnen wenn er auch nur ansatzweise in den knopf drückt hast du schon verloren das spiel ist wirklich schweckt das kannst du nicht gewinnen das ist wirklich ein müll game das würde ich tatsächlich gerne rausnehmen wenn ich könnte weil das der der gegriffen ist zu 100 prozent nicht gewinnen kann jetzt entweder auf dem eignis wird so auf dem anderen kommen auch bei dich hol den sterne weg ich gönne es dir sogar ob wir müssen da nicht mehr hin obwohl ich fürs team bro kommen ja er holt den sterner wenigstens weg egal ob er ist nicht mehr da in der mitte ist er echt das ist so geschenkt ich gehe dann nicht noch mal in die mitte hey nochmal gameshow ich hab's versucht ich hab versucht dass du einen stern kriegst hey ich wollte ich wollte ihm gönnen weil er 60 münzen gerade eben verloren hat scheining lass mir meine münzen er hat sie nicht ich jetzt wird gebombt ich wollte es ja sie als ich war das darf nicht getroffen werden und darf nicht runterfallen bombenhage der letzte steht gewinnt nein ich will das nicht euren köpfen ist es so gemütlich junge ich habe mich im abgrund gesehen wenn die explosion größer ja der eine ist schon mal unten nein warte zanni ja ehre 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 ehren scheinig in die kommentare voll ehren scheinig ich versuche dir wenn die mini spielster zu helfen das war jetzt aber wirklich lehrer moment also und wenn sie sterne vergeben würde die meisten münzen ausgegeben zu haben gewinne ich den du könntest war eventuell auch mit ganz viel glück ja ich glaube nicht dass ich jetzt 60 münzen klappen 40 85 aber wenigstens kriegt er kein weiteres solo game bin der einzige der jetzt mit ganz viel glück noch einen stern bekommen kann das ist die letzte letzte und jetzt verliert der nummer 20 obwohl er könnte ihn auch mit glück kriegen ich glaube zwei drei felder hat er noch wenn er jetzt vor dem stern landet kann er sich ihn noch leisten dann haben wir sind aber wirklich auf dem letzten verband dazu in der richtung war es da ich noch reichen er kann sich die noch holen kai viel spaß auf dem letzten wir haben so hart in kai heute reingezogen jetzt hat das alles das ist ultra ich kann den im leben dich holen ich verliere sogar noch mal münzen sich nach wo ich rauskomme ist beim einfach vom prinzip her ja aber ich könnte noch auf dem solo game kommen vielleicht schon bauer zum stern geleitet werden ich krieg noch ein solo game eventuell aber münzen zumindest memory match ja ich dich geschenkt ja vor allen dingen dass das ist nicht mehr du verkackst und spiel sagt du hast verloren nein ich kann einfach machen bis ich fertig bin ich darf nur das browser fällt nicht berühren aber ganz ehrlich selbst wenn ich das einmal kriege und hat mehr als genug zeit guck ich weiß jetzt wo das ist und lass das in ruhe es gibt nämlich nur eins das müsste irgendwo unten sein mit müssen wir kriegs instant sagt ja das ist teils geschenkt ja selbst wenn das wäre nicht viele münzen aber ich sag mal so hätte ich jetzt nicht dreimal hier ein falsches feld irgendwie genommen dann wäre das browser fällt egal gewesen guck mal das wäre maximal acht münzen gewesen es sind so ein riesenverlust ist das jetzt nicht das hat minus münzen sogar gemacht mit dem mit der reite zu bau so ach das war das das spiel was ich eh nicht schaffe ich habe es irgendwie lehnt was ich weiß bei wem ich glaube schon nicht bei dem war gut war doch nett zu dir ich wollte eigentlich nicht gerne ich wollte mir die mario weg ich wollte eigentlich nicht gerne ich wollte mir die mario weg ich habe seine münzen geklaut warum hast du nur eine bekommen wie ist eine münze ja damit kann ich leben konnte ich sonny erfolgreich helfen also du solltest zumindest nicht letzter sein der game star geht das war klar ich hab mal wieder so viele mini games gewonnen das war so klar ist da war ja wir haben sky auf dem letzten verband ich bin gespannt was jedem dieser loser angetragen wird der happy nix da wo das müsste war ja ja aber er hat weniger münzen als ich ja ich wollte sein gewinnt warum das jetzt noch aber sonny nicht letzter juhu ich hab meinen job erfüllt so ich wir sehen was luigi angetan wird bei dem spiel mit dem verlierer irgendwas immer am ende angetan aber die map war auf jeden fall cool nur dass wir in der mitte das fand ich ultra ätzend das fand ich auch ätzend sogar ein feuerwerk nochmal sehr schön ich hoffe es darf ich euch meine freunde vorstellen du hast frieden geschaffen grönt bräuchte in der mitte ja den der glück 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 auf frisch körper Feuerwerk, das sie mir irgendwie in die Kanone gesteckt haben. Götti! Der ewige Letzte. Ja, Leute. Seht ihr mal, wie weit wir mit den Sternen sind. Ich hab das mal off-sginn so ein bisschen durchlaufen lassen. Damit ich hier mal ein bisschen näher an die 100 kommen, weil ich rausgefunden aber, dass es eine neue Map gibt. Wenn man 100 hat. Ah, okay. Kommen wir sogar bei der 100 an? Ich glaube nicht. Gerade so nicht. Bei mir werden wir wahrscheinlich bei dem 100 ankommen. Okay, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Mario Party Part. Wenn ja, aber einen Like verlassen und wir sehen uns beim nächsten wieder. Ich glaube, Kai hatte nicht so viel Spaß. Also, ich hatte Spaß. Ja, ciao. Bis zum nächsten Mal.